Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, denn bei einer Explosion in einer Schokoladenfabrik im Bundesstaat Pennsylvania sind nach neuesten Angaben der Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Fünf Personen werden noch vermisst. Das teilte die Polizei in West Reading mit. Sechs Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Explosion ereignete sich bereits am späten Freitagnachmittag. Die Schäden einer Schokoladenfabrik, sie sind immens. Der Sachschaden geht in die Millionen. Die Ursache ist weiter nicht bekannt. Untertitelung des ZDF, 2020